Und weiter geht's. Und jetzt hoffentlich mit einer etwas Nintendo 64er gerechteren Steuerung. Das sollten wir ändern. Mal eben kurz hier gucken. Ja, ein Looping. Sehr schön. Selber. So, schon mal ein bisschen mehr Feuerkraft hier. Ja, jetzt funktioniert das hier alles besser. Ärgert mich ja jetzt. Aber egal. It's a trap! Puh. Also nicht so. Ich habe die Bombe sinnvoll verschleudert. Ich sehe hier gar nichts. Es ist voll dunkel hier. Gewürm. Im Tunnel. Macht das voll viel Sinn. Danke, Peppi. Hier kommt ein großer. Machen wir hier nochmal... Oh, machen wir nicht. Schade. Da möchte ich auch noch durch hier. Laser. Scheiße, verpasst. Könnte man die nicht abknallen? Ging das nicht? Ja klar. Nix, Bremse. Ich presche hier durch. Bremse. Was für alte Hasen. Ja. Wow. Da habe ich nicht lange genug gedrückt. Geil. Schütz. Flachschub. Snickers. Was denn? Alles cool, Slippy. Alles cool. Suha. Mistviecher. Mir ist schlecht von dem Looping. Ich lasse dich doch nicht hängen, so wie Falco. Ich mag dich eh viel lieber. Ja, wohl, naja. Yeah. Den in die Mitte, komm, den in die Mitte. Wo ist er? Da. Nein. Egal. Wuhu. Ja, ja, Moment. Ich muss meinen Laser einsammeln. Das ist übrigens voll cool, dass mein Angriff eine Suchfunktion offenbar hat. Ja, man sieht hier aber echt schlecht. Scheiße, das war eine Bombe. Jetzt habe ich die anderen Tasten nicht mehr im Kopf. Naja. Egal. Umso mehr Spaß habt ihr, wenn ich mir hier die Fresse polieren lasse, beziehungsweise meine Biene. Puh. Meine psychodelische Biene. Ja, ist ja gut. Könntest du die jetzt vielleicht mal abknallen? Mensch, Mensch. Du willst ja aufpassen, dass du hier kein Friendly Fire machst. Ja, ist ja cool. Bleib mal locker. Ach, wirklich? Mir ist schlecht. Nein. Verdammt. Da wäre der Weg nach Dingens gewesen. Ah. Erstmal die Kartoffeln hier oben. Slippi, was machst du da? Ich glaube, so kamen wir auf den Panzerplaneten. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber... Naja. Endboss? Du hast Angst! Ja da. Dreh das Ding jetzt weiter, jetzt, komm. Was ist denn düst? Mach mal. Achja. Ah, das Ding. Mein Gott! Zielen müsste man jetzt auch mal können, das wär praktisch. Ich bin nicht verrückt für dich. Sehr ironisch Ton in der Stimme. Ich verabschiede dich. Komm, komm, komm. Wenn das nicht funktioniert... Ich kann halt noch nicht wirklich mit dem Ausweichen. Ringe! Tot! Du bist halt nur ein Affe und ich bin ein Fuchs. Sorry to Jeff, aber ich bin in einer hurry. Falco hat sich in der Zwischenzeit zehn Kaffee getrunken. Ja, aber in der nächsten Runde kommt er trotzdem nicht mit, weil er jetzt die ganze Zeit aufm Klo hin. Zu viel Kaffee! Yay! Wir haben vier Leben oder sowas. Ja, aber in der nächsten Runde kommt er trotzdem nicht mit, weil er jetzt die ganze Zeit aufm Klo hin. Auf zum nächsten schwammigen Planeten. Ich weiß nicht mehr, wie das große Raumschiff hieß. Weiß das noch jemand? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher der nächste war. Doch. Aber ich wäre sogar noch auf Sonis gekommen. Ach, die obere Strecke ist so toll. Ach, von hier gab's den... Von hier gab's den Weg auf Solaris. Das Problem... Oder auf wie auch immer der Planet hieß. Auf jeden Fall... Da ist das Problem, dass man unheimlich oft wo ausweichen muss. Und wie ihr gerade gesehen habt, bin ich damit nicht gerade... Ne? Fortuna, doch. Recover our base from the enemy army! Roger, General. Mensch, Fox, jetzt mach doch mal! Jetzt befreie doch mal! Echt, ey. Blit up! And pick it up! Juhu! Hat Snippy getroffen? Egal. Hallo, Volko! Als Haus! Kann ich den mal unter die Ärmchen greifen? Alles weg trocken. Alles weg trocken. Wo bist du denn? Da. Snippy! Peppy! Take care of the guy behind me, Fox! Könnt ihr auch auf euch selber aufpassen? Säule! Wo ist Peppy? Wo ist Peppy? Peppy? Peppy ist da hinten irgendwo. Da. Entschuldigung! Termine! Wir nehmen das Laser-Update übrigens immer mit, das finde ich sehr praktisch. Ja, wie die Bomben und so. Schraub mich dann immer, wie das funktioniert. Ob da so ein kleiner Mechaniker sitzt. Was? Also nicht ich? Oh nein! Mein Ertzfeind! Andros hat uns gefordert, dich nach unten. Happy! Lange Zeit nicht gesehen! Verrütterisches Schwein. Andros' Feind ist mein Feind. Da war gerade ein goldener Ring. Ich hab's genau gesehen. Nur was ich brauche, um ihn zu tun. Star-Wars. Lass uns sich vor diesen Leuten zu tun. Darf ich dir mal helfen? Ach. Ja, in der Ruhmeshalle. Ich bin der große Leoth. Fock, komm diesen Mann aus mir! Ich bin dabei. Hey! Was zur Hölle? Da guckst du, wa? Was? One down! Zora direkt mein Erzfeind. Du bist bescheuert, das bist du. Oh, das war Peppy. Entschuldigung. Ich will immer auf Peppy schießen. Ich will nicht auf mich, Bob! Ich geh zu den Pond, Froggy. Location confirmed. Sending Supply. Schön! Ich clear. Uncle Leandroth! Ach. Ach. Ach komm, Falko. Dir geht's doch noch prächtig. Wo ist der? Wo ist der Pissar? Der? Ähm. Ich kann's auch lassen. Und tschüss. Und tschüss. Ja, echt. Der Chef macht das jetzt einfach. Wenn ihr alles in Luschen seid. Ich entschärfe die mit meinen Zähnen. Ich weiß nicht. Juhu! Ich lebe noch! Ich bin so nervös. Hey, wir haben es geschafft! Ich bin cool. Ich bin cool. Das war ein knappes Gebet, Bob. Ja, gerade bei dir. Guck dir mal die Lebensleistung voneinander an. Du bist noch am meisten gefüllt. Immerhin haben wir drei Millimeter Leben zurückgekriegt. Ist auf jeden Fall schon mal nett. Oh, wir haben ein Medaillchen bekommen, weil wir die Mission nicht nur erledigt, sondern erfüllt haben. Und... Nein! Nein! Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht, dass man da eben nicht... Ich glaube, man muss einfach die Zeit ablaufen lassen. Äh... Nächster... Nächster Kurs. Ach, man kann die Route wechseln? Ja, wir machen trotzdem. Wir gehen den Weg, den das Spiel uns hier gehen lässt. Solar, okay. Das ist ein Oven. Geht nicht auf den R-Wing. Sei ein rechtes Fuchs. Ich werde sich vorsichtig sein. Gut Glück. Im Schmelztitel. Mission Nummer 4. Mann, die Grafik, ne? Umwerfend. Ja, wir dürfen hier nicht zu tief fliegen. Dann flieg halt höher! Der Fall ist ein Bedeut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ein Bedeut. Ja, ja, ja. Ich werde sich nicht auf dem Bedeutungen auf dem Bedeutungen. Nein, nein, nein. Du bist nicht zu tief, aber Tchaik. Ja, nein, nein. Ich hab's nicht zu tief. Ja, nein. Ja, nein. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, der Endboss hier war ziemlich unschön. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Weil der hat so Steine geschmissen oder sowas. Vögelchen! Komm, pack den doch. Juhu, Supplies! Ne Bombe. Yeah. Die benutzen wir gleich mal. Wieso kann ich das mit den Bomben einfach nicht? Checkpoint. Die finde ich toll. Ich hab gedacht, du bist einer von denen. Du musst an dem Schnabel liegen. Ich weiß ja auch nicht. Hallo, Slippy. Du bist aber auch scheiße. Toll, jetzt bin ich mit Falco alleine. Ich bin unangenehm. Noch ein goldener. Yay. Und plötzlich hält der Arwing mehr aus. Noch mehr? Supplies ist immer gut. Ach. Die Bombe wird geschmissen. Gerade aufgehoben. Egal. Das freu ich eigentlich auch nicht. Piep. Wow. Vögel. Lava-Vögel überall. Wovon ernähren die sich hier? Von Lava? Sind das dann Kannibalen? Und da ist er auch schon. Und was? Unternehmend. Fäng. U. Zack. Ein Arm weniger. Halt still, damit ich dich besser treffen kann. Goldener Ring. Wow. Ah. Ey, ich bremsen muss nicht. Egal. Ey, echt? Ah, der Tod schnackt. Ah. Das hat schon ganz viele Geräusche. Klippi ist nicht da. Deswegen haben wir keine Analyse über den Gegner-Zustand. Komm schon. Komm raus. Swandive. Aber viel kann doch nicht mehr üblich sein. Bleib doch mal hier. Wo ist eigentlich Falco? Fliegt ihn da und guckt mir zu, oder was? Ab mit dem Kopf. Spiel've. Spring來說. Schreib. Scheib.